Hallo Internet, hier ist wieder Backzack für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Pokopakui, Pikachus großes Abenteuer. Krebschor! Ja, im letzten Teil haben wir unseren Buddy Krebschor kennengelernt und haben die Tyrannei von Bela Flora mit Lianenschwingen verschlagen. Und ja, jetzt sind wir hier an diesem Welthub quasi und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal hier in die Wasserzone, wenn ich wüsste, wie das Ding aufgeht. In diese Richtung liegt die Strandzone. Gäste, die in die Eiszone möchten, geben sich ein bisschen zu Labras. Ich möchte erstmal in die Wasserzone tatsächlich. Komme ich da nicht rein? Hallo? Ja, ich würde ja, aber ich komme hier nicht rein. Äh. Wer lässt mich da jetzt bitte rein? Vielleicht muss ich eben mit ihm nochmal reden hier. Ja, habe ich. Okay, anscheinend bist du Kamera-Guy. Ja, los, funktioniert. Wieso geht das nicht? Ich will ja sonst nur das Modo von dir machen. Ah, ah, ah. Äh, bin ich bescheuert? Okay, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Vielleicht muss ich jetzt, was habe ich nicht fotografiert und Ding? Ja, das ist mir trotzdem nichts mehr, dann leck mich doch am Arsch, ey. Oh, hier ist noch ein Lothurzelt. Hey, wenn du hier durch willst, musst du dich an die Regeln halten. Hm, nur ein Lothurzelt, aber jetzt kann ich mir den Text sparen. In der Größte kann man jetzt wieder an den Spielen teilnehmen. Ich glaube, meine kleine Schwester tolt dort auch gerade herum. Schön für dich. Ja, hallo, ich will hier irgendwie rein. Wie geht das? Muss ich tun. Hi, hi. Na, hast du ein niedliches Foto von mir schießen können? Hast du hier im Parkur, das bleibt ganz allein hier überlassen. Dein Auto lässt sich sogar während der Spiele betätigen. Hier im Fotoschidio kannst du dann die fertigen Abzüge begutachten. Müsst du einen kurzen Blick auf das Foto von eben werfen, dann starte mir einfach einen Besuch ab. Ja. Jo, toll. Und jetzt? Oh, jetzt müsste der jetzt wieder laden, oder was? Ah, nee, ich will einfach nur hier weg. Starer Dingsbums, bleib hier. Wenn wir mal im Spielen in den Bundeskanzler, ja, du erzählst mir auch nichts Neues. Okay, du schaust dich, wenn du vorgestellt zu haben, wie wir es jetzt mit einem Ausflug in die Strandzone, sprich mit Krebskorps, dem Vorbestand. Ah, wir beide sind schon Homies. Das ist also kein Ding. Ahoy, du hast in der Nachricht von dieser Florian im Bolion. Ahoy, normalerweise darf ich hier ja niemand ruhig lassen, aber in Polions Laune bereitet mir echte Fassmerzen. Du hast auch noch was durch. Bitte hier zum Polion. Cool. Ich glaube, es vergeht kein Part, ohne dass ich über die Steuerung meckere. Kann das sein? Was geht denn mit ihm, Alter? Macht der ja auchig? Flöckmooon! Oh, ein Weilor ist tatsächlich. Oh, Garados, cool. Oh, Impagator, Hammer. What the fuck, wie groß ist denn bitte Flöckmooon? Ich glaube, das wäre kleiner. Der Streit zwischen Garados und Impagator war ganz schön heftig. Nahezu alle Verwünungsbrücken zwischen den Inseln liegenden Trümmern. Garados und Impagator waren doch früher einmal gute Freunde. Ich frage mich, wie es nur als zu jedem Streit kommen konnte. Was? Du sagst schon. Die Erde weht. Ah, das hat mir jetzt aber einen Schrecken angejagt. Zuerst dachte ich, die beiden hätten wieder angefangen zu streiten, aber dem ist wohl nicht so. Was mag das nur gewesen sein? Du bist sicherlich neu hier, nicht? Willkommen in der Strandzone. In der letzten Zeit schaut man... Schaut kaum noch jemand hier vorbei. Wie? Ach so, verstehe. Du hast dich in die Strandzone gegeben, um den Pullien zu treffen. Über das Meer gelangst du von hier aus in die Eiszone. Für dich ist es zu weit, dorthin zu schwimmen. Bitte doch, Lapras, darum dich mitzunehmen. Sie hält sich meistens in der Burg. Auf der anderen Seite der Brücke auch. Jo, kriegen wir hin. Hoffentlich. Weiß ich nicht. So, gibt es irgendwas? Nö. So, jetzt sind wir am Strand. Oh, hallo. Stirb. Hehe, hehe, hehe. Wir machen guten erst einen Eindruck, ne? Domilien! Gerardus lässt sich auf der Insel dort keine Nichtschwimmer an seinen Wogenflitzen teilnehmen. Dafür habe ich zwar Verständnis, aber in letzter Zeit ist Gerardus doch ziemlich eingewildert. Er denkt wohl, er sei hier der Chef, bloß weil im Pullian nicht da ist. Ich muss noch einen Wettstreit. Wie wäre es denn mit Fangen? Na klar, warum nicht? Also, los geht's. Komm her, Barmelin. Oh, das ist ein Entorn, cool. Entorn. Komm her, komm her. Bam. Geht doch. Ich hab' verloren, aber hauptsache, es hat Spaß gemacht. Ich werde trainieren, um schneller zu laufen und dann gewinne ich. Lass uns bald wieder spielen. Übrigens, bald kommt mein großer Bruder, Bojelin. Er liebt Wogenflitzen mit Garados und bricht dort alle Rekorde. So gut wie mein Bruder möchte ich auch einmal werden. Und was auch immer du sagst. Oh, Surprise, Motherfucker. Schon ist er da. Ich hab' zu rüllen. Der Weg zur Bucht ist anscheinend in Folge des Erdlings von einem Feld versperrt. In der Bucht hält sich doch etwas auf, obwohl alles in Ordnung ist. Lass uns fangen spielen. Wie kann das Ding denn bitte von mir weglaufen? Ah, es springen, ey. Ich hab' zu sagen, diese Stummelweinchen eignen sich jetzt nicht wirklich dazu, um von mir wegzulaufen. Komm her, du. Flummi. Oh, das ist Hamburger. Geht's wieder Flugbruch immer anscheinend? Naja, Pech gehabt. Egal, lass uns Freunde sein, ja? Ich werde allen erzählen, dass du jetzt in der Strandzone bist und dass man mit dir jede Menge Spaß haben kann. Karnimani ist eingetroffen. Oh, hi Anton. Anton ist auch cool. Ich habe geträumt, ein großer Fels falle vom Himmel herab und der Poképark versinke im Meer. Was fällst du von einer Runde verstecken, um wieder auf andere Gedanken zu kommen? Lass uns spielen. Wie wär's mit einer Runde verstecken? Was haben wir gerade schon gesagt? Schön, los geht's. Mal sehen, wie meist auf Anton sich versteckt. Are you fucking kidding me? Ich hab' die Kamera zentriert. Das kann doch nicht euer Ernst sein! Boah! Wie schlecht ist das bitte! Mit dir zu spielen macht nicht Spaß. Ja, weißt du was? Mit dir zu spielen macht mir überhaupt keinen Spaß. Lass uns Freunde sein, ja? Ich hab' übrigens geträumt, dass Antoron mit seiner wunderbaren Kabel-Technik auf die Strandzone zugehört. Aber es war halt nur ein Traum. Boah! Krass, wir müssen dieses Unheil abwenden. Krass, wir müssen dieses Unheil abwenden. Sprechen wir erstmal mit Wingull! Ups. Ey, das war keine Absicht! Komm her, sprich mit mir, sei mein Freund! Ey, bleib stehen! Lass mich nicht allein! Wingull! Wingull heißt es tatsächlich? Okay, ich hab' immer falsch versprochen anscheinend. Im Pokéball konnten wir früher oft einen Regenbogen sehen, in letzter Zeit allerdings kaum noch. Woran das wohl liegen mag? Krass, du willst spielen, dann lass uns doch Fang spielen! Na klar. Sehr gut, dann fangen wir mal an. Ist doch voll unfair, wenn er fliegen kann! Kann ich doch springen oder so? Ach, okay. Aller Achtung, du bist einmalig und das, obwohl du nicht fliegen kannst! Sag dich gerade! Lass uns Freunde sein, ich werde allen von dir berichten. Wundern werden alle Wingull des Pokébugs keine Freunde sein. Das ist schon wieder so ein bisschen rassistisch, ne? Kennst du einen Wingull, kennst du alle. So. Fleckmon, mein dicker, pinker Freund. Fleckmon? Hoffentlich versöhnt sich Gara das in den Pergator weiter. Wie bitte? Ach so, so willst Fang spielen richtig? Ja, gegen das langsamste Pokémon Ebba oder was? So, dann düse ich mal los. Streng dich an, mich zu fangen. Das zieht ja echt knallhart durch, ne? Okay, das ist ne coole Idee. Das langsamste, tranigste Pokémon ever Punk spielen zu lassen. Äh. Mein lieber Gesangsverein, du bist vielleicht schnell. Lass uns Freunde sein. Mit dir zu spielen macht viel Spaß und deine Ausstrahlung ist eine echte Magnet für neue Freunde. Ah. Fun Fact. Auf meinem 3DS XL. Oh. Hydropi. I hope you like Mudcapes. Ähm. Auf meinem 3DS. Auf meinem 3DS. New 3DS XL. Ist äh. Im Hintergrund immer. Fleckmon. Denn ich habe mir das Fleckmon Team gekauft. Tatsächlich das Fleckmon Design. Trabini. Und? Gibst du auch dein bestes nur weiter so? Lass uns fangen. Ihr wollt ja anscheinend alle nur fangen spielen, oder? Ich will mal wieder gegen so ein Vieh kämpfen hier. Ich will es kaputt machen. So. Komm her. Du. Wählen sie dich. Bleib stehen. Ah. Wo ist es hin? Da. Du bist vielleicht stark. Du hast wirklich einen eisernen Willen. Einfach umwerfen. Lass uns Freunde sein. Holbini ist jetzt dein Freund. Wer hätte es gedacht? Was ist in der Kiste? Albeer. Hier ist dieses Schild, womit ich reisen kann, glaube ich. Oh. Was geht? Wir kommen nicht clothes und dann bringe ich dich überall hin. Ich will eigentlich hier bleiben. Alles klar! Wollt ihr ohnehin? Dann brous ich mal wieder. Truth. Oh. Ein starrer Vier. Hallo. Ich bin gekommen um mit Starrer Lily zu spielen. Wie wäre das mit einem Kampf? na klar und denn los geht's wo du bist ein flug pokémon nicht wirklich so vernichten mit elektro attacken oder auch nicht ha stürzt du warst so gut wie erwartet aber noch mal verliere ich nicht gibt mir noch eine chance wir sind ja jetzt freunde ich hab dich jetzt auf facebook deswegen kann ich jetzt den normalen kontakt zu ihr abbrechen ich habe das was ich wollte kann die mani hast du gerade getroffen er sieht zwar ein wenig finster aus ist aber eigentlich ganz nicht hey lass uns kämpfen na klar bist du bereit auf geht los auch du als wasser pokémon wirst meinen elektro attacken nicht standhalten können es ist so stumpf ne es hat spaß gemacht lass uns freunde sein bist übrigens der lustige typ von dem hat gesprochen hat müssen bald wieder spielen verspricht du es mir ich werde mich auch im kampf üben nein ich werde nie wieder etwas mit dir zu tun haben verpiss dich so wie tropi wo bist du ich bin extra vorbeigekommen weil es je nach spaß aussah ich liebe wettstreiter einfach bingol hat mir einen tipp für den luftspurt mit philippa gegeben da ich nicht fliegen und an diesem spiel so ohnehin nicht teilnehmen kann verrate ich dir ich so früh wie möglich auf die ringe in der ferne zu ach du kannst du auch nicht fliegen stimmt dann lass uns doch einfach verstecken spielen hey wie wär's mit einer runde verstecken na klar juhu dann suche ich mir schon einmal ein gutes versteck so und wenn ich jetzt einfach nur wieder die kamera ändern muss um es zu sehen dann raste ich aus hey ihr wollt mich doch komplett verarschen was ist denn los mit euch wer hat diese scheiße entwickelt boah alter oh schade jetzt hast du mich gefunden oh god ey wie zu offensichtlich das stimmt jetzt aber nicht doch das stimmt hey wollen wir wieder spielen lass uns freunde sein eigentlich müsste ich dich jetzt entfreunden einfach allein schon aus prinzip alter da ist tauboga tauboga komm her tauboga ist cool lande war mein freund winkle hat mich eingeladen hier zu spielen als soll ihm die spiele geben bei denen man durch die luft fliegt was möchtest du kämpfen na klar in deinen augen sehe ich eine richtige kämpfer natur lass uns beginnen komm her komm her komm her komm her noch mal los steh auf schlampe hallo bleibt mir mal liegen bitte oh du bist gut lass uns freunde sein ich hätte es gedacht tatsächlich hätte ich jetzt ein bisschen drei maler frischen wenn ein pokémon angepasst wäre nach dem sieger und sagen würde wir sind jetzt keine freunde weil du hast mir voll weh getan und so oder aber da ist ein weilort und ist ein feiner liebens pokémon ist denn gerade einer abgegangen katsch kann auch nur winken hallo bist du am pappen ja weilut ist am pappen gefällt dir das anscheinend gefällt mir das wirklich ob man es heißt mögliche dinge würden im pokepack geschehen ja zum beispiel unanierende potwale wenn durch zwietracht unter den pokémon die kraft des himmels prismas schwende noch scheint alles im los zu sein aber ich befürchte dass sich alles zum schlechten lenden könnte wenn nicht bald etwas geschickt die wir beide können keine freunde sein die fresse so hallo finita du kommst zur luft spurt mit pelika ich würde dich ja auch gern teilnehmen lassen aber so hallo und kann die wandern sagten stets fremde hätten hier nichts zu suchen ich habe zwar keine angst vor den beiden aber jedes mal wenn ich zum meer gehe erfahren sie mich schafft an so dass ich weder meine freunde noch nicht dort und geschwärten da kann man halt nichts machen aha also muss ich erst die beiden zum chillen bewegen das sind auf jeden fall zwei kann die wand den ich anscheinend nicht reden kann denn ich kann ja nicht im wasser kann die wenn ihr dann muss ich vielleicht von der anderen seite kommen geht es hier rüber nein geht es nicht wo war sie war doch mal irgendwie hier die weiterentwicklung von dem otter und das ging hin oder wie ja 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 du kannst diese brücke nicht überqueren deshalb möchtest du wissen tja ich lasse dich nämlich erst durch wenn du meine Ratespielmeister bist du bereit für das spiel na klar los geht's erste frage welches ist der erste schritt um den pokokopak freunde zu finden würde ich ja sagen anstarren aber ich weiß leider dass es ansprechen muss stimmt genau bei nummer zwei wie viele streifen hast du auf dem rücken zählt das beim schwanz jetzt mit ich glaube nicht ja okay stimmt genau dritte frage wer hat mehr beine krebskorbs oder krabbi oh das ist eine gute frage tatsächlich müssen wir überlegen also krabbi hat meine vier beine verdacht im glas container wurst und viele fürchten eingefuert muss von sich nicht jetzt ich kann er so ein verdacht ein ganz ganz perfiden verlassen wenn ich jetzt anspreche mir das viel noch mal eins zu eins dieselben fragen stellen wird wetten aber nicht okay während erhalte ich wie viele streifen ich weiß nicht das ist wirklich eine antwort leute stimmt genau ausgezeichnet das passieren alle meine freunde lieben rate spiele sprich dir einfach an wenn ihr denn du hast doch gar keine freunde deswegen wird jetzt direkt mit mir abhängen hier in letzter zeit beobachte ich hier und da in pokobak so manchen streitungswist dennoch glaube ich dass freundschaft auch schwere zeiten überstehen kann was für inspirierende worte der pokobak wird zur harmonie zurückfinden daran glaube ich ganz fest wie er ist mit einem kampf harmonie dass uns kämpfen und mr neben ein blower kann mir nichts anhaben und hier kann sich auch bei mir lieben noch eine scheibe abschneiden lass uns freude sein rufen mich wenn du mich gespielt hast vor allem wenn es ums bogen flitzen mit gar aus geht ok dann kann ich jetzt irgendwie anscheinend schon nicht darauf machen oh ein aquana das geht mit ebay das meer ist umwerfend oder hoppla du hast aber viele freunde los spiel mit mir wir erst mit einer runde fangen gut auf geht's los schneller ein ton hier vielleicht habe ich nicht wo auch nicht ging es aber echt fix jetzt bleibt doch mal stehen bleibt hier habe ich habe gesagt bleibt doch stehen was ist denn das das gibt es doch nicht sie vielleicht entgegengesetzt ich habe gewonnen kommen wir in das kinder geworden ist aber ich glaube ich muss das einfach trainieren damit nachher schneller und dann kann ich das ging auch ein holen das vermute ich jetzt einfach mal damit ich mich die blöde geben muss das ist so schlecht wird in diesem anspruchlosen spiel oenton ist auch ein sehr gutes pokémon das welt reiten führt mich herr hast du bereits am wohnflitzen mit dem das wäre das übrigens keine der flaggen auslassen denn sie verleihen die geschwindigkeit lasst uns kämpfen na klar wunderbar das war aber was war das aqua welle ja fall um Hervorragend, schwungvoll und anmutig zugleich. Jemand wie dich hätte ich gern zum Freund. Pentoron ist jetzt dein Freund. Oh, da ist das To-Heido von dir besprochen, glaube ich. Da ist eins. Ja, aber irgendwie kann ich es nicht ansprechen. Ich kann hier nicht ins Wasser, du bist doch behindert. Oh, da ist Empagador. Hä? Du möchtest Labras treffen? Achso, weil du in die Eiszone möchtest. Verstehe. Labras findest du in der Bucht, aber der Weg dort hin wird von einem Felsen versperrt. Ich könnte ihn zertrümmern, aber würdest du Gerados zuvor bitte einmal die Leviten lesen? In letzter Zeit verhält er sich näherlich ausgesprochen seltsam. Er nutzt die Abwesenheit von Empolion, um sich als Zonenmeister der Strandzone aufzuspielen. Wenn ich mit ihm spreche, artet es ohnehin nur wieder in Streit aus. Kann ich auf dich zählen? Ja, okay, warum nicht? Wenn ich mir wüsste, wo Gerados ist. Was ist das? Was passiert? Was passiert? Klimtler, hallo, ich bin's. Wo denn? Ach, da hinten. Schön, dass es dir gut geht. Bei mir ist auch alles bestens. Das hätte mich überhaupt nicht interessiert, du Spasti. Wie geht's den anderen? Sehr gut. Du hast ein Didier getroffen. Ja, ich werde mich später auch zum Treffpunkt aufmachen. Ich hatte schon gehofft, dass du kommst. Denn ehrlich gesagt stecke ich etwas in der Klemme. Ist so. Als ich auf meiner Bären-Suche herkam, stürzte die Brücke ein. Wie komme ich nur nach Hause? Ich kann doch nicht schwimmen. Hm. Ist so. Kann einem schon leid tun. Belisa aus der Grundzone könnte ihm nur eine Brücke bauen. Wäre so nett und bitte Belisa darum. Sie hält sich anscheinend am Flussufer in der Grundzone auf. Okay. Das heißt, tatsächlich ist das hier voll open world, interconnected, serious shit. Aber wisst ihr was? Can you win, yeah? Ich denke, das reicht erstmal wieder. Ich habe jetzt genug Kämpfe hier wieder gemacht an dem gescheuerten Strand und ich habe keinen Bock wieder zwischen die Grunzeln umzugehen. Aber eigentlich war ich doch jetzt hier schon überall. Oder ist noch Gerardos irgendwo in direkt bei der Nähe? Eigentlich nicht, oder? Ne, da ist Valorat und so. Ich sehe Gerardos gar nicht hier. Ach, da muss ich sowieso rüber auf die Brücke. Äh, mit der Brücke rüber. Okay, da muss ich so oder so zu dem Scheiß wie dieser. Wie doof. Und ähm, ja. Ist doch was. Ich denke, das reicht. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet auch weiterhin bei diesem stumpfen Scheiß ein. Pikachu ist auch nicht so überzeugt. Ähm. Ja, denn wenn ihr das anguckt, dann macht mir das Ganze auch irgendwie ein bisschen erträglicher. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich... Haunse Baunse! Ähm. 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 Ähm.